Nicole ist bei Sturm der Liebe nicht begeistert von Annas Schwarm. Sie kennt Philipp noch von früher und erzählt ihrer Tochter, dass er sich oft abfällig gegenüber dem Schwarzbach-Personal verhalten hat. Und tatsächlich scheint Philipp in Annas Gegenwart kurz darauf wieder in das Muster zurückzufallen. Das schockiert die Pferdenärin und sie spricht ihren Schwarm direkt auf sein Verhalten an. Währenddessen plant Yvonne ihren großen Heiratsantrag für Erik. Dazu soll sogar ein Feuerwerk aufgebaut werden. Allerdings macht erst die Arbeit, dann das Wetter einen Strich durch ihre Rechnung. Welche Alternative sich Yvonne überlegt, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Mittwoch um 15.10 Uhr in der ARD.